Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 533. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Ja, und das war es dann auch leider schon von der Runde. Nicht, dass ich nicht gerne mit Dennis alleine podcaste, aber wir haben natürlich auch ein Thema, wo es schön gewesen wäre, ein paar mehr Stimmen dabei zu haben. Leider ist es terminlich gerade bei dem einen oder anderen schwierig. So ist das irgendwie hier so mit Endjahrestrupel und noch irgendwelche Firmenveranstaltungen und haste nicht gesehen und privat und gedöhnt. Von daher in kleiner Runde, aber nichtsdestotrotz werden wir uns heute hier mit Themen beschäftigen. Bevor wir uns gleich allerdings mit dem Themen beschäftigen, haben wir nochmal eine kurze Nachricht von unserem aktuellen Partner Hyundai vor euch. Genau, und zwar möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr ja noch die Möglichkeit habt, für zwei Bundesliga-Heimspiele im Jahr 2023 eine Möglichkeit im Hyundai Adler Shuttle zu gewinnen. Wir hatten es euch ja schon erklärt, das Hyundai Adler Shuttle bietet euch und drei Freunden, Freundinnen, Bekannten, Bekanntinnen, sagt man das so, die Möglichkeit einer Teilnahme an einem Heimspiel der Eintracht. Ihr werdet von einem Chauffeur mit einem Hyundai Ioniq 6 zu Hause abgeholt und auch wieder zurückgebracht und ihr bekommt Verpflegungsvoucher für Essen und Getränke im Stadion. Ihr könnt noch bis diese Woche Donnerstag, den 30.11. euch für das Adler Shuttle, für das vorletzte Heimspiel gegen Bayern München bewerben und bis zum 10.12. für das letzte Heimspiel in 2023 gegen Gladbach. Wir sagen vielen Dank an Hyundai für die Unterstützung und jetzt müssen wir über das sprechen, was da am Wochenende gegen Stuttgart so gelaufen ist. Ja, und bevor wir da anfangen drüber zu reden, zwei kurze Disclaimer. Keiner von uns beiden war tatsächlich im Stadion zugegen. In beiden Fällen aus privaten Gründen konnten wir nicht vor Ort sein. Von daher ist all das, über das wir jetzt gleich reden werden, gefußt auf Informationen von Freunden, Bekannten und eben den verschiedenen Stellungnahmen, die es rund um diese Thematik ergibt. Und Disclaimer Nummer zwei, egal in welcher Situation, egal von wem, Gewalt ist niemals eine Lösung und wird von uns in keinster Weise toleriert. Nur, dass das von vornherein auch klar ist, bevor wir jetzt gleich über diese Thematik sprechen und vielleicht nicht in jedem zweiten Satz sagen werden, dass wir Gewalt blöd finden. Wir tun es trotzdem. So. Wollen wir noch einmal gerade kurz umreißen, was passiert ist am Samstag, soweit wir es denn von außen wahrnehmen können. Vielleicht fangen wir mit dem tatsächlichen Thema an. Es gab eine Einlasskontrolle vor dem Block 40, das ist der Stehplatzblock oder einer der Stehplatzblöcke, woraufhin dann ein Fan, ein Mensch versuchen wollte, in diesen Block zu kommen, der keine gültige Karte hatte, sondern anscheinend dann nur einen Screenshot dieser Karte. Ihm wurde dann dementsprechend vom Ordner der Zutritt verwehrt. Daraufhin bekam diese Situation so eine gewisse Dynamik, könnte man es nennen. Ich vermute mal, dass es erst zur verbalen Auseinandersetzung kam. Dann soll sich wohl auch ein ziviler Ordner, der jetzt an vielen Stellen als eine Art Supervisor definiert wurde, der da zugegen war, dann auch mit eingemischt haben. Woraufhin ist dann wohl, so wurde es gesagt, zu Handgreiflichkeiten zwischen rund 20 Fans und den Ordnern kam, woraufhin einer der Ordner einen Notruf in Richtung der Polizei abgesetzt hat. In verschiedenen Pressemitteilungen, Stellungnahmen ist auch die Rede davon, dass es auch weitere Anrufe bei der Polizei gegeben hat, die wohl dann auch relativ schnell vor Ort war. Wohl erst mit einer mittleren Gruppe, so rund 15 Leuten, nicht behelmten Polizisten dort eingeschritten, oder ja, eingeschritten kann man glaube ich sagen, ist, wobei nicht behelmt jetzt immer noch für mich die Frage offen lässt, waren das tatsächlich dann trotzdem Polizisten, die in voller Montur waren und einfach nur den Helm nicht aufhatten, oder waren das tatsächlich einfach Polizisten in normaler Polizeiuniform, ist für mich an dieser Stelle unklar. Die Rede ist immer nur von nicht behelmten Polizisten, woraufhin dann wohl diese Situation weiterhin eskaliert ist und am Ende dann darin gemündet ist, dass es rund 30 Minuten anhaltende Eskalationen zwischen Fanseite und Polizei gab. Die Polizei hat, ich glaube im Rahmen ihrer Pressekonferenz gesagt, dass sie quasi über 80 Meter einen geordneten Rückzug über diese halbe Stunde angetreten hat und sich weiterhin dort aufgehalten hat, um eine weitere Konfrontation zwischen den, wie sie es nannten, Problemfans und Unbeteiligten zu vermeiden. Das im Zuge dessen auch trotzdem viele Menschen, die nicht beteiligt waren an dieser Auseinandersetzung, trotzdem verletzt wurden. Scheint an dieser Stelle irgendwie nicht so richtig anzukommen, aber nun gut. Gut, jedenfalls nach rund 30, 35 Minuten war dieses Thema dann beendet mit einer doch relativ stattlichen Anzahl von Verletzten. Es scheint wohl, also waren die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, so um die 60 verletzte Polizeibeamte, mehrere verletzte Ordner und auch nochmal irgendwas zwischen 70 und 150 Verletzten auf der Fanseite. Also summa summarum kann man wahrscheinlich sagen, waren das so rund 300 Fans, die da, oder 300 Menschen, die am Ende des Tages dort bei dieser ganzen Aktion verletzt wurden. Und bei mir wirft weiterhin auch trotz der verschiedensten Stellungnahmen dieses ganze Thema noch eine ganze Reihe Fragen auf. Aber jetzt nachdem ich das so versucht habe, ein bisschen zusammenzufassen, Dennis, wie sieht das bei dir aus? Ja, schön zusammengefasst. Ja, es sind natürlich ganz viele Unklarheiten noch da. Das merkt man ja auch in deinen Ausführungen. Man muss viel angeblich und der eine sagt so, der andere sagt so. Sehr, sehr schwierig. Auch die offiziellen Statements merkst du ja auch dann, die Polizei hat ja auch nachweislich vorab erstmal Sachen schon veröffentlicht, die dann sich wiederum als falsch herausgestellt hatten. Unter anderem die Geschichte mit, ja, wie rivalisierende Gruppierungen hätten sich angegriffen und wäre da eingeschritten. Das vielleicht kurz, um das auch noch aufzugreifen, es gab so rund 18 Uhr Eppes, also kurz nach 18 Uhr eine entsprechende Information der Polizei Frankfurt auf dem Kurznachrichtendienst X vormals Twitter, wie man das ja so sagen soll oder sagen darf. Dass es hier angeblich zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen gekommen ist, die quasi dann diesen Konflikt mehr oder weniger oder ein Einschreiten der Polizei vonnöten gemacht hat. Genau. Für mich ist es tatsächlich unklar, warum man das so geschrieben hat. Für mich gibt es zwei mögliche Szenarien. Entweder man hat ganz bewusst diese Art von Framing, nenne ich es jetzt mal, gewählt, weil man weiterhin dieses Narrativ der Problemfans bei allen Vereinen irgendwie hochhalten will. Ist eine Theorie, kann ich nicht belegen. Gibt aber auch bislang keine Widersprüche dafür. Oder, und das fände ich halt einfach auch sehr schlimm, ist es einfach, dass die Folge davon, dass da sehr viele unerfahrene Menschen im Betreuen einer Fußballgroßveranstaltung am Werke waren, die dann sich gedacht haben, naja, wer wird schon mit einer falschen Karte in so einen Block rein wollen. Das kann ja nur einer von den Gegnerfans sein, deswegen schreiben wir das mal so dahin. Ja, das wird auch nicht mehr gelöst werden, dieses Rätsel, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich bin voll bei dir. Also es gibt natürlich noch mehrere Optionen. Man kann im Endeffekt, vielleicht haben sie auch die Informationen intern erstmal erhalten. Da darf ich es aber natürlich nicht so ungefiltert rausgeben. Das ist natürlich schon sehr schwierig. Zeigt aber natürlich auch diese ganze Situation. Es ist schwierig momentan, was ist wirklich passiert herauszufinden. Wir werden uns sicherlich auch noch ein bisschen gedulden müssen, dass vielleicht noch die letzten Bilder ausgewertet sind und so weiter. Ich habe gestern, wurde es glaube ich ja auch öffentlich gemacht von der Polizei Frankfurt, dass angeblich keine Fans, keine Unbeteiligten verletzt wurden. Das ist hier im Rahmen der Pressekonferenz, die gestern ja von der Polizei Frankfurt abgehalten wurde, hat man nochmal gesagt, dass es keine Unbeteiligten Verletzten an dieser Stelle gegeben hat. Und gleichzeitig gab es ja die Aussage der Fanhilfe, die ganz klar sagt, dass sie es rekonstruiert haben, dass sich bei ihnen eine ganze Reihe von Menschen gemeldet haben. Die Polizei beruft sich halt einfach darauf, dass sich bei ihnen tatsächlich keiner gemeldet hat, was vielleicht auch der Fall sein mag. Weil wenn es da einfach schon generell ein zerrüttetes Verhältnis zwischen der Polizei und den Fans gibt, dann will man sich vielleicht an dieser Stelle nicht melden. Und vielleicht ist die Meldung auch auf dem Postweg verloren gegangen. Wer weiß das denn schon so genau? Das weiß keiner, genau. Aber du merkst auch dort natürlich, das ist schon sehr provokant, sage ich mal. Natürlich ist es sachlich, weil sie sagen, nur die Fakten, die uns vorliegen, nutzen wir hier und geben sie raus. Alles in Ordnung, bin ich, gehe ich auch d'accord mit. Auch realistisch. Ich sage mal, wenn du dir die Videos anguckst, da stehen Leute im Aufgang. Da ist dann wieder die Rede von irgendwie vermummten Personen. Naja, wenn da unten einfach auf der einen Seite hier Reizgasflaschen entleert werden und auf der anderen Seite irgendwie drei Feuerlöscher entleert werden. Natürlich vermumm ich mich dann, weil mir die Scheiße halt einfach ins Gesicht weht. Was soll ich denn auch an der Stelle anders machen? Genau so ist es. Da bist du unbeteiligt, weil du stehst halt an der Seite, du willst vielleicht weg, du kommst aber nicht, weil hinter dir stehen noch irgendwie ein paar tausend andere. Vor dir kloppen sich die anderen beiden Parteien, ja. Und du stehst halt einfach dazwischen und du kriegst es ab. Du kannst halt an dieser Stelle einfach auch nichts machen. Also allein schon. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig. Und da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht emotional werde. Da jetzt einfach davon zu reden, dass da keine Unbeteiligten drin sind. Es lässt sich in diesem Konflikt einfach nicht vermeiden, dass da und wenn es nur eine Person ist, dann ist es eine Person zu viel, die da einfach steht und die Scheiße ins Gesicht kriegt. Und das ist jetzt nochmal, und dann sind wir ja wieder bei dem Thema Verhältnismäßigkeit, wenn du dir anschaust, dass das alles angefangen hat mit irgendeiner Scheißkarte auf einem Handy, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass das sich so hochgeschaukelt hat. Und da sagst du ja was Richtiges. Also wenn wir uns das mal wirklich vor Augen führen. Wir reden davon, dass man eingeschritten ist, weil man eine Überfüllung des Blockes verhindern wollte. Was seit, und da braucht man auch nicht lange irgendwie drum rum reden, seit Jahren der Fall ist, dass dieser Block immer zu voll ist. Ja, ich hab früher, als ich zum Fußball das erste Mal zur Eintracht gegangen bin, haben wir selbst oft im Stehblock gestanden. Der war immer ran voll, da sind immer Leute, auch wir ohne Karte dann mit reingekommen. Das ist seit 25 Jahren immer der Fall, dass da mehr Leute drinstehen. Es ist in den Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, ist da noch nie irgendwas passiert. Also wir reden davon, dass man zur Gefahrenabwehr für die Leute im Block eine Überfüllung von, weiß ich nicht, 50, 100 Leuten verhindern wollte. Und um das zu tun, hat man jetzt einen 30-minütigen Straßenkampf sich geliefert, bei dem unterm Strich nachher 300 Verletzte irgendwie stehen. Um eine Überfüllung von einem Block zu verhindern, bei dem seit Jahren nie irgendwas passiert ist. Alle wissen es, es ist nie irgendwas passiert. Aber René, da muss man natürlich sagen, nur weil nichts passiert, ist es ja trotzdem nicht in Ordnung. Ja, aber wenn du sagst Verhältnismäßigkeit, dann passt das halt nicht. Das stimmt, aber man muss auch sagen, wir können ja uns dankbar schätzen, dass es eben insoweit die ganze Zeit auch, in Anführungszeichen, toleriert wurde. Die Kontrollen auch eher lax waren und noch keine baulichen Maßnahmen, dass zum Beispiel das Ticket nochmal gescannt werden muss am Eingang und so weiter. Das haben wir ja alles zum Glück nicht. Alles auch im Fan-Diskurs und Austausch, dass das im Endeffekt eine sehr angenehme Lage ist. Jetzt ist nur meine Frage, die sich darstellt, die auch bis jetzt, schade, dass Basti und Co. nicht da sind, die da waren, die mir das nicht beantworten können jetzt heute. Wurde das auch so kommuniziert vorab und zwar klar und deutlich, dass es an diesem Spieltag zu einem neuen Kontrollsystem kommen wird, dass eindeutig ein neues System angewendet wird, die Leute am Eingang des Blockes zu kontrollieren. Wenn ich das weiß, wenn ich das Ding, dann ist es natürlich, für mich stellt das nochmal so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, die Situation klar. Wenn das klar kommuniziert ist, wenn das nicht klar kommuniziert wurde, ist das natürlich schon auch nochmal was, wo du merkst, oh, da wieder ein Versäumnis darf natürlich nicht sein. Du musst den Leuten auch im Endeffekt erklären, was will ich denn da machen. Sonst kriegst du immer diese, ja, die Hardliner kriegst du eh nicht mit ins Boot. Aber zumindest die, die so ein bisschen zwischendrin, die sagen, naja, okay, muss ich akzeptieren, weil ich will nicht, dass hier irgendwelche Tore nochmal gemacht werden. Ich muss nochmal mein Ticket scannen, sondern ich will einfach frei rein und raus gehen können, wie ich will. Das ist natürlich was, muss man ein bisschen gucken. Ist das im Endeffekt jetzt das neue Kontrollinstanzensystem, dass der Ordner mich nochmal nach meinem Ticket und genau guckt, passt der Name zum Ausweis? Oder ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das muss man einfach auch sich nochmal anschauen, auch für das Spiel am Donnerstag. Für mich eine super spannende Geschichte. Was wird da jetzt sein? Wie werden die Kontrollen sein? Wie werden die Ordner sich verhalten? Wie werden die Fans sich auch verhalten? Denn es ist, René, natürlich sagst du was Richtiges. Es ist seit Jahren, seitdem ich denken kann, ist es so, dass da hin und her gelaufen wird. Und oben, wir haben oft auch die Tore noch offen waren. Also, dass du in 42 reingehen kannst und gehst drüber zu 38. Das wird toleriert und wird akzeptiert. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist, warum das so zugemacht wird. Vielleicht ist es wieder eine Richtlinie von außen auch, DFB oder wer auch immer dann an dem Spieltag verantwortlich war. Dass die sagen, ihr müsst das machen und dann hat die Eintracht eben das so weitergegeben. Aber die Eintracht als Veranstalter sind diejenigen, die das dann im Zweifelsfall durchsetzen. Die müssen es umsetzen, genau. Müssen. Du hast jetzt gesagt, dass dann da jetzt kontrolliert wird. Sagen wir mal so, Kontrolleure oder Ordner standen da bisher auch schon. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach dann eher die Richtung, dass man jetzt sagt, wir kontrollieren jetzt tatsächlich mal ernsthaft, soweit ich das verstanden habe. Und da kann ich an dieser Stelle auch nur den Meintracht-Blog verlinken. Der hat auch nochmal eine Zusammenfassung geschrieben. Und da aus dem habe ich entnommen, dass es im Vorfeld keinerlei Kommunikation dazu gab, dass hier an dieser Stelle dann jetzt mehr kontrolliert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja, war das jetzt das erste Heimspiel mit wirklich kompletter Vollauslastung? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ist das jetzt schon volle Auslastung? Es waren 58.000, war irgendwie auf dem Zettel. Okay. Also auf jeden Fall deutlich mehr als bisher. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein Grund war, dass man gesagt hat, okay, jetzt gehen wir da mal ein bisschen irgendwie weiter ran. Aber es wurde auf jeden Fall nicht kommuniziert, dass dort jetzt irgendwelche stärkeren Kontrollen stattgefunden haben. Das kann natürlich oder das hätte die Situation natürlich entschärfen können, wenn man das tatsächlich gewollt hätte oder wenn man das geplant hat. Und wenn das jetzt nicht einfach nur ein blöder Zufall ist, dass das einfach jetzt ein neuer, übereifriger Ordner war, was ja auch sein kann. Dass das vielleicht auch der Grund war, warum dieser Supervisor sich da aufgehalten hat, weil das irgendwie neue Leute waren und die dann natürlich auch erst recht, ich meine, du kennst das vielleicht auch von deiner Arbeit, Dennis. Wenn man dann da halt ist und weiß, okay, da ist halt jemand, der halt quasi als Supervisor, als Kontrolleur da ist, um zu gucken, ob ich meinen Job richtig mache, dann wird man sich auch einfach mal sehr strikt an die Regel halten, die da vorgegeben ist. Wenn du das halt als Fan nicht weißt, dann agierst du vielleicht so wie sonst auch, wie du sagst, Dennis, es ist halt mehr oder weniger toleriert worden. Also kann man ja natürlich auch schnell sagen, das war halt immer so, warum jetzt heute nicht, dass das dann am Ende des Tages in dieser Gewalt resultiert, ist trotzdem nicht der Weg, den es an dieser Stelle nehmen sollte. Ja, aber nicht nehmen darf. Das dann am Ende komplett eskaliert ist. Das zeigt natürlich auch, wie, wie gehe ich mit dieser Situation um? Wer ist, das ist, will ich jetzt keine Teilschuld irgendjemandem dann zuschreiben, dass ich sage, oh, die Ordner, da hätten halt mehr Ordner da sein müssen und so weiter. Ja, vielleicht, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber die Art und Weise muss natürlich aufgearbeitet werden, damit es eben nicht wieder zu so einer Situation kommt. Und das ist mir eigentlich das Wichtige. Nicht, dass wir jetzt zwei, drei Spiele, reißen sich alle zusammen und dann wird es wieder genauso gemacht. Und das, da hat keiner Interesse dran. Denn, man muss ja sagen, dieser ausschlaggebende Punkt und mit den Leuten, ich habe im Stadion, sehe ich normalerweise nie, René, nur um nochmal darauf zu kommen. Leute in Polizeiuniformen, die nicht in, sozusagen, ja, schon in Uniform, nicht nur in klassischer Uniform, sondern die sind eigentlich schon bestückt. In ihrer Ninja Turtle Gedächtnisausrüstung. Also, normale Polizeiuniform hat da normalerweise niemand an und die werden jetzt zu zwölf da reingehen. Die haben dann die Helme irgendwie um die, ums Handgelenk irgendwie und müssen es halt aufziehen. Was, glaube ich, damit gesagt werden soll, ist, sie haben in dem Moment noch keine Gefahrensituation in dem Sinne eingeschätzt, dass da jetzt wirklich was rund geht. Wollten es unterbinden und wurden angeblich ja attackiert, ne? Naja, aber wenn man sich diese Situation mal vorstellt. Also, man muss ja auch dazu sagen, und das wird mir an dieser Stelle halt auch einfach generell so ein bisschen wenig berücksichtigt. All das fußt ja auch auf einer langen Historie zwischen Fußballfans und der Polizei. Ich meine, wir hatten selbst die Vorkommnisse, wenn wir uns zurückerinnern, in Frankfurt mit hier dem Spruchband, wo dann diese Hundertschaft da reingegangen ist und den Eintracht-Fan dann auch über die Bande. Geflaggt haben. Wir hatten, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es gerade nicht genau, die Vorkommnisse der Hannover-Fans in St. Pauli, wo dann da in den Block gestürmt wurde. Man hatte es, ich glaube, bei Eintracht gegen Köln, sowohl bei den Kölnern in Frankfurt als auch umgekehrt. Also, das Ganze hat eine gewisse Historie. So, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, wie gesagt, es ist jetzt nur meine Vorstellung, ich bin nicht dabei gewesen, ich habe keine hundertprozente Wissen über die Situation. Du stehst da, du willst in diesen Block, du bist immer irgendwie mit dieser Karte reingekommen. Auf einmal ist da irgendwie einer, der sagt von wegen, du kommst hier jetzt aber heute nicht rein. Den Typen kenne ich vielleicht auch noch nicht, weil es irgendwie vielleicht ein neuer Ordner ist. Dann kommt noch irgendwie einer in Zivil damit dazu und sagt so, nee Leute, jetzt macht mal hier nicht. Und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie auf einmal, und was soll die Polizei anders da machen? Die kriegen einen Notruf, da ist die Sage hier nach dem Motto, da wird irgendwie ein Ordner bedrängt, geschlagen, getreten, weiß ich nicht was. Dann müssen die einschreiten. So, aber dann kommen da 15 Polizisten, Polizistinnen in ihrer Ninja Turtle Uniform und da ist es an der Stelle vollkommen egal, ob die den Helm aufhaben oder nicht. Wenn die da reinrushen, dann, und du hast diese Historie im Kopf, dann ist da halt aber auch erstmal Verteidigung angesagt. Das würde ich an dieser Stelle auch nicht anders da machen, wenn da ein Trupp von 15 Polizisten auf mich losrennt. Da würde ich auch erstmal denken, so scheiße, was ist jetzt hier los? Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das dann die Art und Weise, wie man da an dieses Thema dann irgendwie rangeht? Und da erlebe ich bei so ziemlich allen Parteien gerade sehr wenig Reflexionsfähigkeit. Ja, ja klar, logisch, bin ich voll bei dir. Es muss man, man muss natürlich, und das ist jetzt wieder, wir bewegen uns natürlich hier in so einem schmalen Grat, weil die Informationen zu vage sind und man nicht wirklich dabei war und weiß, aha, was ist da genau passiert? Anscheinend soll ja diese Person, der da vorher mit dem Ticket durch wollte, ja dann tätlich geworden sein. Irgendwie, ja wie du sagst, Schlägetritte, wie auch immer, wurde dann festgehalten, sollte also verhaftet werden. Dann wollte er sich in Anführungszeichen, und das ist ja oft diese Solidarisierung, die dann halt stattfindet, der Verhaftung entziehen. Dann rappelt es, dann geht es runter. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, sagt man ja glaube ich dazu. Also das ist schwierig. Das ist so was, das hat sich so hochgeschaukelt und immer weiter und immer weiter. Dann kommen sie ohne Helme rein, dann fühlen sie sich angegriffen, dann rufen sie weitere Verstärkung, weil wir ja angeblich hier nichts erwartet haben. Also es sind so viele Fehleinschätzungen von allen Seiten. Was halt auch so eine Situation ist, die du nicht erwartet hast. Also Basti hatte es ja sowohl bei Fußball 2000 als auch bei 390 beschrieben, dass bei diesem Spiel nichts anders war, außer dem Fakt, dass wesentlich mehr polizeiuniformierte oder in Ausrüstung befindliche Polizei sich rund um dieses Stadion bewegt hat und eben auch vor oder in der Nähe der Heimkurve. Also die waren ja wohl auch relativ schnell da. Was ein Fall ist, was du eigentlich so gut wie nie hast, außer wirklich bei Hochrisikospielen, als welches dieses Spiel nicht eingestuft war. Trotzdem ging ja wohl... Bei der Polizei aber schon. Bei der Polizei aber schon. Die Stellungnahme der Eintracht sagt auch ganz deutlich, dass sie davon nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Und ich sag mal, das ist der Veranstalter. Also ich würde schon erwarten, dass wenn du sagst, von wegen, das ist ein Spiel mit einem hohen Risiko, dass der Veranstalter das wissen sollte. Und wenn der Veranstalter an dieser Stelle auch nochmal verschriftlicht kommuniziert, dass er davon nichts wusste, dann kann man auch die Frage stellen, warum nicht? Weil er ja gehandelt hätte, René, weil er ja dann auch anders gehandelt hätte und hätte wahrscheinlich andere Ordne, andere Anzahl an Personen und so weiter. Es ist ja nicht... Ja, oder er hätte auch da wieder in Richtung Fans kommuniziert, was auch wieder die Frage im Raum stehen lässt. Das heißt, hat man vielleicht bewusst eine Eskalation, vielleicht nicht eine solche Eskalation, aber eine Eskalation herbeiführen wollen? Die Frage steht im Raum und die Frage ist für mich nicht abschließend beantwortet. Genauso wenig wie ich die Begründung für dieses Thema des angeblichen Einstufens als Risikospiel nachvollziehen kann. Also was ich gelesen hatte, war, die eine Begründung war, weil es da im März irgendwie einen Vorfall gab, dass Stuttgart-Fans irgendwie eine Notbremsung im Zug ausgelöst haben und dass dann quasi die direkt vor dem Container der Ultras zum Stehen gekommen sind. Ganz ehrlich, wenn irgendeiner in so einem Zug in der Lage ist auszurechnen, wann er da auf den Notbremsknopf drücken muss, dass das Ding exakt vor dem Container der Ultras stehen muss, dann müsste man dem eigentlich einen Nobelpreis verleihen, dass der das im besoffenen Kopf kann. Und die zweite Begründung ist, weil es da einen Weihnachtsmarkt mit 600 Teilnehmern gab, die dann erhöhten Alkoholkonsum haben. Ganz ehrlich, es gibt im Jahr mehrere Veranstaltungen, wo Zehntausende von Menschen hingehen, die nichts anderes vorhaben, als sich den ganzen Tag Alkohol in die Birne zu kloppen. Da habe ich noch keine einzige Hundertschaft in irgendeinem Zelt oder irgendwas rennen sehen. Also die Begründung finde ich halt auch sehr dünn. Ja, aber du merkst natürlich, dass jetzt auch alles ausgepackt wird, was noch irgendwie den Leuten den Arsch rettet. Und das muss man natürlich auch in dieser Situation mit einrechnen. Was wird denn da jetzt propagiert? Die Leute halten sich an den letzten Strohhalm. Auch von der Fanseite natürlich auch vieles, wo man sagt, ah, das wäre alles so nicht passiert, wenn das und das und das nicht gewesen wäre. Schwierig. Es ist aber passiert. Das ist total überzogen gewesen. René, du hast es vorhin im Disclaimer gesagt. Diese Gewalt, die da gemacht wurde und die Videos, die ich gesehen habe, habe ich gesagt, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Um das wirklich nochmal klar zu machen, egal was ist und so weiter, ein Gewalt oder eine Gewaltausübung in dem Maße kann und darf es nicht geben. In gar keinem Fall. Ja, auch, ich meine, es ist immer leicht gesagt, wenn man in dieser Situation nicht drin ist. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten, die dann in dieser Situation stecken, nochmal irgendwie ganz anders. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, das ist von allen Seiten nicht optimal gelaufen. Wobei man auch, und das ist ja das, was ich auch von vielen Stellen höre, man schon auch an trainierte Polizeikräfte einen anderen Maßstab anlegen sollte, als an emotionalisierte Fans, die in dem Falle dann vielleicht auch einfach gerade so ein Stück weit aus Eigenschutz sich verteidigen. Ja, da sind sicher auch welche dabei, die das einfach als Gelegenheit nehmen und sagen, hervorragend, ich hatte sowieso irgendwie einen Scheißtag, ich habe sowieso gerade irgendwie Bock, einen auf die Matte zu hauen, hervorragend, Feuer frei, aber da wird es auch genügend geben, die einfach nur aus reinem Eigenschutz dann einfach den Fuß, den Arm, whatever, dazwischen halten. Und man muss einfach erwarten, dass dann ausgebildete Fachkräfte, die auch irgendwie so ein bisschen Skill in Deeskalation haben sollten, nicht mit tonnenweise Pfeffer und Schlagstock da reinmarschieren. Besonders, wenn du ja jetzt überlegst, du hättest ja, und das ist ja eigentlich dieser Punkt, diese Eskalationsphase mit Pfefferspray und Schlagstock, und ich mache da, du hast vorhin gesagt, die Polizei hat selbst gemeldet, 30 Minuten eskalative Situation. Nee, 30 Minuten geordneten Rückzug, das war die Aussage der Polizei. Geordneter Rückzug meinetwegen auch das, aber du merkst ja dabei, warum, warum belasse ich es denn da nicht dabei, kessel dieses System so ein bisschen in Anführungszeichen, kessel es ein, dokumentiere es mit Kameraaufnahmen, wie es ja eh immer gemacht wird, und dann mache ich halt die Strafverfolgung danach, meinetwegen. Das ist dann, nun ist es so, du beteiligst, keine Unbeteiligten werden verletzt, du hast schon mal gar nicht diese, also die Polizei kann doch nicht sich wünschen, dass so Bilder entstehen, ne? Das ist ja, wenn ich mir das angucke, diese Spray-Orgien da einfach mal in einen, jetzt musst du auch überlegen, das wäre im offenen Raum schon total geisteskrank, wenn du hingehst und sprühst irgendwo im Feld sinnlos mit Pfefferspray auf so eine Gruppe. Jetzt bist du noch in diesem eingebunkerten, sag ich jetzt mal, Zwischenbereich, zwischen Treppe und Abgang zum Block runter. Sag mal, dann muss ich mir, da denke ich mir, habt ihr sie eigentlich noch alle? Ja, aber doch halt auch. Weil das ist doch klar. Und jeder, der da mal gestanden hat, weiß, dass du da einen wahnsinnigen Durchzug hast, du hast da so einen richtigen Kamineffekt, das wird durch diese Einlässe und durch diese Aufgänge, zieht die Luft richtig durch, also es zieht unweigerlich volle Granate in den Block rein. Es zieht in den Block rein und du stehst und es ist ja, ich habe jetzt von einigen ja auch, ich war ja leider und du ja auch nicht am Wochenende, dann eben nicht im Stadion, aber viele von Freunden, Bekannte und so weiter waren ja dort, auch teilweise an den klassischen Getränke- und Essenständen zu dem Zeitpunkt, wo es auf einmal so schnell auch passiert, weil jetzt viele sagen, warum rennen die denn dann nicht weg? Ja, da haben sie ewig gewartet und sind dann klar, dass sie auf die Schnauze bekommen. Nein, denn von unten wurde hochgedrückt, von der Seite wurde gedrückt und stehst du auf einmal mittendrin, so schnell guckst du doch gar nicht und bist auf einmal in der Situation, wo du weder nach vorne, nach hinten kannst und zwangsläufig irgendwie beteiligt bist. Ich glaube, das ist auch eine relativ normale Reaktion. Du bist erst mal in so einer Schocksituation, versuchst erst mal die Lage zu sondieren, dann versuchst du irgendwie wegzukommen und wie du schon richtig sagst, du hast ja dann auch wenig Möglichkeit, die Ersten gehen halt aus dem Block dann raus in den Vorbereich, weil sie dann halt irgendwie sagen von wegen, oh, da müssen wir irgendwie hier die Fans unterstützen, die werden da irgendwie, weiß ich nicht, andere wollen vielleicht auch irgendwie nur weg, der eine oder andere drückt halt dementsprechend dann wieder in den Block rein, dann hast du eine komplett verwirrte Situation, dann kannst du nach draußen auch irgendwann nicht mehr weg, weil dann da auch die Polizei steht, die ja dann auch sehr eindeutig irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren hat und nicht mehr unterscheiden konnte zwischen, wer ist jetzt derjenige, der sich den Schal ins Gesicht gebunden hat, um da halt irgendwie drauf zu gehen und derjenige, der sich den Schal ins Gesicht gebunden hat, weil er halt einfach keinen Bock hat, hier Feuerlöscher, Pulver und Reizgas in die Fresse zu kriegen. So, und dann hast du halt diese konfuse Situation. Klar, also ich bin jetzt kein Spezialist in irgendwelchen Taktiken, wahrscheinlich gibt es die zwei Varianten zu sagen, wir ziehen halt einfach diesen kampflustigen Mob halt irgendwie weg, indem wir einen geordneten Rückzug machen oder man kesselt es halt einfach ein, lässt es an der Situation und wartet, bis sich irgendwie die Gemüter runtergekühlt haben. Wahrscheinlich gibt es die Varianten, wahrscheinlich gibt es auch noch andere. Ich würde einfach mal ganz frech behaupten, die Entscheidung für die Variante, die man da gewählt hat, war an dieser Stelle eine falsche. Vielleicht war es auch eine bewusste und man wollte diese Bilder erzeugen. Auch das ist mir nicht klar. Und allein, das finde ich ja schon schwierig genug, dass man trotzdem auch leider davon ausgehen muss, dass das vielleicht alles so gewollt war. Ja, der Rückzug wäre ja dann auch viel zu spät gewesen, das muss man doch ganz klar sagen. Wenn die Zwölf da irgendwie attackiert werden und so weiter, dann nochmal mit einer weiteren Hundertschaft da rein und so weiter. Total erirrt. An der Stelle geht das nicht mehr, nee, nee, das ist schon klar. Das hätten sie direkt machen müssen, aber ja, ich weiß es nicht. Also, wie du sagst, ich will auch hier nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass wir irgendwie sagen, das ist eine vorsätzliche Geschichte. Das will ich, also fahrlässig, da sind wir uns alle einig. Das ist hier. Vorsätzlich von beiden Seiten allemal, ja, vorsätzlich weiß ich nicht, wie gesagt, allein schon, dass ich mir, und wenn es auch nur zu einem kleinen Anteil ist, die Gedanken mache, dass das ein Fall sein könnte, ist eigentlich schon erschreckend genug. Ja, weil einfach die Muster erkennbar sind, natürlich, und ich weiß, da muss man ja sagen, schade, dass der ein oder andere heute nicht hier teilnimmt und nochmal was dazu sagen kann. Die Statements, und das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man sagt, hier sind gewisse Muster erkennbar. Man hat das auch in den Jahren oder in den Situationen zuvor gesehen, wenn hier mal ein großes Turnier stattgefunden hat, dass eben Ordnungskräfte auch mal, ja, verschiedene Szenarien durchprobieren. Man kann dafür auch sicherlich bewusst andere Dinge anwenden, als man es gewohnt ist. Wir sind natürlich auch hier bei einem Punkt, im Endeffekt ist angeblich ja hier das Hauptgredo immer Deeskalation. Hier wird gar nichts gemacht, hier wird alles nur produziert, so kennt man es im Endeffekt. Das ist für uns eigentlich das, wo wir sagen, jawohl, genau, die Polizei ist zum Deeskalieren da, nicht noch zum Eskalieren. Hier kam es eindeutig zu einer absoluten Eskalation, die nicht nur von den Fans ausgelöst wurde. Natürlich haben die auch ihren Anteil daran, aber eine Deeskalationsstrategie hier zu erkennen, also mir als Laie fällt das extrem schwer. Ich sehe einfach nur, das war richtig Rambazamba und wir gucken mal und mal schauen, wie sie reagieren, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist für uns natürlich alles sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil wir keine Experten sind. Ja, und das finde ich dann halt auch wieder schwierig und dann kommen wir zu dem großen Punkt der Kommunikation, die wir ja vorhin schon mal angedeutet haben. Ich meine, das ist einfach zu sagen nach dem Motto, wir haben deeskalierende Maßnahmen angewendet, aber dann erklärt sie uns doch bitte einfach. Also ich kann mich auch hinstellen zu meinem Chef und kann sagen, ich habe arbeitssteigernde Maßnahmen durchgeführt. Da wird er mich auch fragen, ja, was genau hast du denn gemacht? Ja, ja, ja. Dann erklärt halt bitte, was die deeskalierenden Maßnahmen waren. Vielleicht gab es in dieser Situation keine andere Variante. Vielleicht war das tatsächlich nach Abwägung aller Möglichkeiten das bestmögliche Vorgehen. Aber dann erklärt es doch bitte. Ja, sehe ich genauso. Die Kommunikation ist hier auf jeden Fall ein großes Manko. Und man muss natürlich sagen, ich habe irgendwo gelesen, dass an sich die Eskalationsstufe noch gewesen wäre, die Einzeltäter, in Anführungszeichen Einzeltäter, gezielt aus der Gruppe rauszuziehen. Wenn sich denn sozusagen direkt eine Verhaftung am Spieltag zu der Situation durchzuführen und eben nicht geordnender Rückzug oder wie du es so schön gesagt hast in der Meldung wäre, das ist angeblich ja schon eine Art der Deeskalation. Ist aber natürlich dann an der Stelle, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es in den Brunnen gefallen. Klar hättest du auch noch viel, hättest du ja alles platt prügeln können natürlich noch weiter. Aber das ist natürlich hier, wir sind ja auch in keinem, in keinem Dingsstaat. Du hättest auch gar nicht erst so weit kommen lassen können, du hättest auch sagen können bei der Kontrolle nach dem Motto, oh, das eskaliert jetzt hier irgendwie, ich lasse den dann doch vielleicht lieber mal in den Block und dann gucken wir halt, ob wir den beim Rausgehen uns dann irgendwie schnappen können und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Stadionverbot erteilen oder Ordnungsgeld oder whatever. Also auch da hätte es vielleicht noch Möglichkeiten geben, ich muss jetzt auch sagen vielleicht, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Situation abgelaufen ist und ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Aber auch da, glaube ich, hätte man an irgendeiner Art und Weise anders da reagieren können, was mich wieder auf den Punkt bringt, wenn da halt irgendwie so ein Supervisor steht und du vielleicht am Ende des Tages dann auch die Frage ist, irgendwie Auswahl, weißt du ja auch nicht, du hast es gerade gesagt, da kommt ein großes Turnier und das ist vielleicht auch so, weiß ich nicht, hier Auswahlverfahren. Und wer darf denn da bei der EM irgendwie hier Einlasskontrolle machen und wer nicht und du bist vielleicht auch irgendwie auf die Kohle angewiesen, dann wirst du dich halt auch da richtig reinhängen. Also es sind einfach unwahrscheinlich viele und das muss man unter dem Strich halt einfach so sagen, es sind unwahrscheinlich viele Dinge nach wie vor unklar. Die Eintracht hat ein Zwischenfazit veröffentlicht, die Fanbetreuung der Eintracht hat ein Statement veröffentlicht. Das waren aus meiner Sicht auch so ziemlich die Einzigen, die ich irgendwie gesehen habe, die mal irgendwie gesagt haben, es tut uns leid für die Unbeteiligten, die verletzt worden sind. Das habe ich bei den anderen so in der Deutlichkeit nicht wahrgenommen. Und dass man weiterhin… Weißt du, auf Polizeiseiten gibt es ja keine Unbeteiligten, die verletzt worden sind. Jaja, es ist ja noch auf dem Postweg die Meldung. Also es ist halt einfach dann auch nach wie vor schwierig, man wird sich dieses Thema irgendwie angucken. Es ist halt dann einfach, und das hattest du vorhin schon gesagt, die Frage, was bedeutet das halt für die Zukunft und was lernen alle beteiligten Parteien da irgendwie daraus. Und da möchte ich noch eine Partei mit in den Ring werfen, die mir an dieser Stelle halt eben auch nochmal, die nochmal erwähnt werden sollte. Das ist in ganz vielen Fällen dann auch die Live-Berichterstattung, wo ich es auch schwierig fand. Ich will jetzt nicht auf einzelnen Personen rumhacken, aber dass man halt quasi so einen einzelnen Tweet dann irgendwie auch quasi als die einzige Wahrheit irgendwie nimmt, auch wenn es dann im Nachgang später relativiert wurde und auch diese Erwartungshaltung, die es für mich da ganz deutlich dann auch nochmal gab nach dem Motto, ja, egal was da gelaufen ist, die haben gefälligst dann da im Block zu stehen und Stimmungen zu machen. Also diese Erwartungshaltung, dass quasi nur, weil ich eine Karte in diesem Block habe, ich meinen Lebtag lang verpflichtet bin, da irgendwie den geilsten Sport ever abzureißen, finde ich halt auch eine schwierige Erwartungshaltung. Ja, bin ich voll bei dir. Also das ist immer, der Basti sagt das ja auch schön, das sind nicht die Clowns, die hier dafür zuständig sind, die Stimmung zu machen auf vorne. Ich glaube, vielen ging es so, dass da keine Emotion mehr da war, die sagt, ich möchte jetzt in der Hinsicht ja sozusagen stimmen, gesangstechnisch oder wie auch immer Support leisten. Das muss man akzeptieren, finde ich auch völlig daneben, dass hier sich darüber aufgeregt wird, weil, und das ist ja das Schlimme, man merkt natürlich auch, auch jeder hat sofort in dem Moment erkannt, oh, das ist jetzt wirklich ein Problem, was nicht eine Kleinigkeit ist. Das ist vielen sofort durch den Kopf gegangen und sicherlich auch von den Beteiligten, die ja hier unter anderem auch für die Stimmung sorgen und so weiter, dass das im Endeffekt, und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier alle zusammenhalten und uns jetzt hier nicht irgendwie, der macht den Vorwürfe und der macht den Vorwürfe und das ist, sondern es muss geschlossen gemeinschaftlich jetzt eine Lösung gefunden werden, dass einerseits es nicht dazu kommt, dass irgendwelche Ordner hier verprügelt werden und Einsatzkräfte angegriffen werden. Auf der anderen Seite aber auch nicht so eine Eskalation überhaupt erst entstehen muss am Ende und überhaupt entsteht. Da muss jetzt geguckt werden, dass da gemeinschaftlich nach einem Weg gesucht wird und unbedingt, und René, da hast du ja was ganz Wichtiges gesagt, die Kommunikation ist hier das Wichtigste und da wäre es wirklich traurig, wenn es jetzt einfach dazu führen würde. Und davor habe ich einfach auch Angst, dass es jetzt wieder Wasser auf die Mühle von diesen ganzen Kritikern und Dummschwätzern, muss man wirklich sagen, die dann sagen, ach, ich habe es schon immer gewusst, die Stehplätze gehören abgeschafft da unten, das ist nur Schrott, vorne muss eine ordentliche Kontrolle, das Ticket muss einfach zweimal gescannt werden, am Eingang vorne außenringen, dann nochmal vor dem Block. Na, habt ihr das alles gar nicht? Ja, natürlich ist das so dieses Kurze, wo vielleicht auch viele dann sagen, ja klar, logisch, das ist die einfachste Lösung. Aber will man diese Einschränkung, willst du den Fußball-Support in der Art, wie er momentan ist, kaputt machen? Willst du, dass auch diese Bewegungsfreiheit, die ja wirklich auch angenehm ist, dass du nicht bei jedem Mal dann raus und rein, das dauert ja dann alles noch ewiger. Also ich weiß, ich kenne keinen Spieltag, wo man einfach jederzeit durchlaufen kann, wenn mal mehr als 5000 Leute da sind. Also das würde auf jeden Fall zu Verzögerungen kommen. Diese Forderungen kommen halt auch in erster Linie von Menschen, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie wirklich ein Stadion von innen gesehen haben, weil wie du schon sagst, wenn du da zusätzliche Kontrollen hast und es ist ja so schon schwierig genug, wenn du dann mal in der Pause oder irgendwas dann raus und wer rein willst, als wenn ich mir dann überlege, dass da nochmal so eine Vereinzelungsanlage irgendwie ist, wo ich mein Ticket irgendwie scannen muss. Dann hast du irgendwie fünf Getränke in der Hand, weil du irgendwie die anderen nicht mit raus wollten. Dann kriegst du dein Ticket da wieder nicht vorgehalten, dann muss dir wieder einer helfen. Das dauert dann irgendwie alles. Von hinten sind sie schon am Nörgeln und am Drängeln, weil sie auch wieder irgendwie rein wollen. Also das macht es ja alles irgendwie auch nicht einfach. Und man muss halt auch dazu sagen, in diesem ganzen Thema, ich finde, wenn wir die Bundesliga mit den anderen Ligen vergleichen, ist das Einzige, was wir wirklich noch als USP, Unique Selling Point hier irgendwie vorhalten können, ist, dass in einer Großzahl der Stadien eine aktive Fanszene ist, die da wirklich für Stimmung sorgt. Weil wir haben nicht die Topspieler, wir haben jetzt auch nicht den, wir haben zwar den Rekordmeister in der Bundesliga, aber wir haben ja nicht den Rekord Champions League Sieger. Wir haben halt nichts, was ansonsten in irgendeiner Art und Weise international Aufmerksamkeit auf diese Liga ziehen würde. Deswegen struggelt die DFL da ja auch so dabei und will unbedingt diesen Sponsor haben, weil sie halt ansonsten keine Kohle reinkriegen. Und wenn wir das Thema jetzt auch noch irgendwie tot machen, dann kann man den Laden eigentlich auch direkt dicht machen. Ja, da ist auf jeden Fall viel Richtiges dran. Ich habe heute noch gelesen, Thema DFB, weil du es gerade sagst, der ja auch jetzt zu diesem thematischen Punkt ermittelt. Das heißt, es kann da auch noch von dieser Seite her irgendwelche Bestrafungen kommen, bis hin zum Geisterspiel, wo du merkst, da bin ich mal gespannt, wer da wieder seine Muskeln spielen lassen will. Weil jeder hat hier was dazu zu sagen, auch wenn er eigentlich am besten die Fresse hält. Naja, ich glaube, es ist am Ende des Tages dann auch eine gewisse Notwendigkeit, weil dann halt eben ja auch quasi diese Ansetzung, wir sind halt immer noch Bestandteil, hier, ich kriege diese Konstrukte nicht mehr richtig zusammen, DFL, DFB, Gedöns, dass die dann natürlich auch irgendwie ermitteln müssen, wegen, weiß ich nicht, Fehlverhalten, whatever, und dass es da Strafen geben wird, ist klar. Da kann man denen jetzt auch keinen Vorwurf irgendwie machen. Ich fände es halt allein schon mal irgendwie gut, wenn jetzt nicht jeder für sich irgendwie diesen Fall untersucht, sondern dass man ihn vielleicht entweder gemeinsam untersucht oder sagt von wegen, ey, wir hängen hier alle irgendwie mit drin, wir lassen jetzt einfach jemanden komplett unbeteiligten, dem man auch von allen Seiten irgendwie Vertrauen schenken kann, sich dieses Thema irgendwie angucken und dieses Ding halt wirklich untersuchen, weil ansonsten hast du ja auch immer wieder gerade, auch wenn du so, ja, zaghafte Kommunikation hast, steht auch immer wieder so ein bisschen dieses Gefühl im Raum, naja, haben die uns denn wirklich alles erzählt? Ja, ja, genau, so ist es. Nee, klar, hast schon recht, klar müssen die ermitteln in dem Sinne, aber warum muss ich das jetzt wieder, ich weiß, mir geht es eher so drum, man hat so das Gefühl, von vielen hat man gar nichts gehört, wo man gedacht hätte, oh, da wäre es mal schön gewesen, wenn sich ein bisschen geäußert hätten, die Leute. Ja, und von anderen hat man zu viel gehört. Viel zu viel, viel zu viel, wo du sagst, oh Gott, hört doch auf und das ist meistens so populistische Scheiße, die seit Jahrzehnten oder zumindest seit Jahren hier immer wieder eingesetzt wird, dass die Fanszene, die problematisch, jetzt fällst du Eintracht auf die Füße, bla, 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 bla. Wenn du dir diese Geschichte anguckst, was da war, wie die Einzel, es ist wieder ein Einzelfall, das muss man ganz klar sagen, es ist ein Einzelfall, es muss mit allen Facetten individuell betrachtet werden und nicht wieder diese, das ist ähnlich wie bei den Kollektivstrafen, was eine Scheiße, ich habe hier auch keinen Bock drauf, dass weil hier wieder ein paar ausgetickt sind, natürlich geht es nicht und es ist eskalativ gewesen und Dings, ja, es wird auch Konsequenzen haben, alles gut, aber jetzt wieder davon zu reden, dass da alles Scheiße ist, es ist alles Schrott und warum haben da die Eintracht nicht gehandelt und die toleriert das seit Jahrzehnten und das muss einfach im Keim erstickt werden, was ein Scheiß, es ist totaler Quatsch und das ist das, wo ich einfach Angst vor habe, dass diesen Populisten hier eine Bühne geboten wird, dass dieser Unsinn, der da propagiert wird, einfach immer, immer weiter an, ja, ich sage mal, gesellschaftliche Akzeptanz gewinnt, dass die alle sagen, oh ja, stimmt, oh, die böse Eintracht, die bösen Ultras und Dings und was weiß ich, das ist was, da muss man einfach aufpassen, dass man es jetzt und deshalb ist es auch so wichtig von der Seite, der Fernseite, dass alles aufgeklärt wird bis zum Gehtnichtmehr, dass man sieht, es war ein Einzelfehler und der Person hat einen Fehler gemacht und dann muss er auch dafür gerade stehen, irgendwo in welcher Hinsicht auch immer, aber das hat eher dazu geführt, dass, also du verstehst hoffentlich, was ich meine, man muss jetzt mehr im Endeffekt Aufklärung bieten, das ist einfach notwendig. Genau und auch um das nochmal klarzustellen, Boulevardblätter sind keine neutralen Player in diesem Ding, weil die wollen am Ende des Tagesstückzahlen verkaufen, Vertreter der Interessensvertretung der Polizei sind auch keine neutralen Player, weil wie der Name schon sagt, sie vertreten die Interessen der Polizei und eine Pressemitteilung der Polizei oder von wem auch immer oder Fan, Fan-Gruppen, whatever, sind auch keine neutralen Berichterstattungen, sondern sind Pressemitteilungen, wo auch wieder Interessen vertreten werden, dokumentiert werden von der Stelle, die sie herausgibt. Da gibt es keine neutralen in dieser Nummer. So ist es, ja, man muss ja sagen, wenn ich mir zum Beispiel dieses Statement von der Eintracht Frankfurt Fern- und Förderabteilung, war der Vorstand, glaube ich, gewesen, das ja veröffentlicht hat hier, das ist für mich was, wo ich sage, ja, da gehe ich d'accord mit, das ist nämlich selbstkritisch, Fehler eingestanden, aber auf der anderen Seite auch das ganz offensichtliche Problem mit, was wir vorhin schon alles hier in der letzten Stunde ausgeführt haben, dieser Polizeieinsatz in dieser Art und Weise, wie er da stattgefunden hat, darf in dieser Art und Weise nie wieder stattfinden. Das ist einfach das Wichtigste. Diese Mitteilung, diese Pressemitteilung der Fern- und Förderabteilung war bislang die einzige, die ich wahrgenommen habe, wo eine gewisse Selbstkritik drin war. Ja, klar. Ja, aber wie du sagst, René, das haben wir ja jetzt wirklich, wahrscheinlich hängt es den Leuten, die jetzt hier den Podcast gesagt haben und gesagt haben, oh Gott, die drehen sich ja schon wieder im Kreis und fangen wieder von vorne an. Das wollen wir nicht. Bis hierhin gehört habt, nochmal an dieser Stelle, nachdem ihr es jetzt 50 Minuten gehört habt, der Hinweis, wir haben übrigens Kapitelmarken, für die Folge hilft euch das jetzt nicht mehr. In der nächsten, wenn ihr einen vernünftigen Podcast-Player verwendet, guckt mal, dann könnt ihr auch so Dinge überspringen. Nur so als Hinweis an der Stelle, fürs nächste Mal, kleiner Service-Hinweis. Dann lass uns doch einfach dieses Komplex mit dieser Eskalation vor oder zu Beginn des Spiels jetzt an dieser Stelle abschließen. wir haben eh noch nicht alle Informationen und wir werden es, denke ich, wieder aufgreifen, wenn wir dann einfach auch mehr Informationen haben. Dann müssen wir vielleicht jetzt noch ganz kurz einmal darüber sprechen, dass da ja an diesem Tag erstaunlicherweise dann auch noch Fußball gespielt wurde. Leider mit auch wenig Erfolg für die Eintracht. Wir verlieren am Ende 2-1 gegen den VfB, die ein doch deutlich besseres Spiel geliefert haben. Wir machen nach dem sehr frühen Tor der Stuttgarter, das kam ja dann irgendwie nach diesem ganzen sich lehrenden Block auch irgendwie dazu, dass da anscheinend sehr viel, ich würde jetzt mal vermuten, Verwirrung war. Man war so ein bisschen überrumpelt. Stuttgart kommt sehr früh, sehr glücklich, dann da irgendwie zum Tor. Wir machen dann noch viel glücklicher den Ausgleich nach dem missglückten Klärungsversuch des Stuttgarter Abwehrmenschen. Wir haben danach, ich finde, 20 bis 30 Minuten sehr gute Aktionen, kommen sehr gut irgendwie ins Spiel rein vor das Tor, machen halt die Bude nicht und lassen dann, kriegen kurz vor der Pause das 2-1 und lassen einfach in der zweiten Hälfte komplett den Stuttgartern das Feld. Ich fand, die Eintracht wirkte an diesem Tag sehr unkonzentriert, sehr behäbig und es waren auch sehr viele Stockfehler drin, wo irgendwie Bälle in Räume gespielt wurden, wo man irgendwie erwartet hat anscheinend, dass da ein Mitspieler irgendwie ist, der es dann nicht war. Da gab es auch so ein paar einzelne Akteure, die mich an diesem Tag sehr aufgeregt haben mit ihrer Art und Weise, wie sie da auf dem Feld agiert haben. Kann man jetzt, glaube ich, am Ende sagen, Mundabputzen weiter. Du kannst gegen Stuttgart, die gerade gut drauf sind, kannst du verlieren. Man hätte es an diesem Tag meiner Meinung nach nicht tun müssen, wenn man einfach ein bisschen mehr sich auf das Spiel hätte konzentriert. Ich weiß nicht, wie siehst du das so zusammenfassend? Ja, auf jeden Fall hast du sehr, sehr viele richtige Sachen schon gesagt. Also du merkst natürlich bei der ganzen Geschichte, dass du nicht so richtig Zugriff zum Spiel oder nur ganz kurz. Du hast richtig gesagt, nach dem Tor hast du auf einmal so die Phase gehabt, oh, jetzt bist du voll im Spiel drin, hast leider die Torchancen dann nicht verwandelt. Das waren richtig starke Minuten, da wäre mehr drin gewesen. Richtig, richtig gut. Auf jeden Fall auch die Abschlüsse schön, auch mit Automatismen hast du gesehen und so weiter. Also wirklich sehr, sehr gut, wenn ich mir aber dann die Entstehung zum 1-0 zum Beispiel anschaue. Ja, manche sagen, ach, die waren abgelenkt und so weiter. Also ich muss dir wirklich sagen, schon grauenvoll, dass da, ich glaube, an der Seitenlinie vier Leute oder sowas um was Mittelstädt, ich weiß es gar nicht genau, stehen und er läuft einmal wie, ich laufe mal im Kreis und kann da noch flanken, den Ball reinschieben. Das darf natürlich niemals passieren. Da merkst du, merkst du, das ist natürlich schon sowas, wo ich mich auch frage, die Körperspannung konnten sie einfach über 90 Minuten dann nicht so richtig beibehalten. Beim 2-1, da muss man natürlich sagen, das ist ein Problem auch von der Abwehr. Also da merkst du einfach, dass dir jemand fehlt wie ein Koch, der hoffentlich ahoy, ahoy, er ist wieder im Mannschaftstraining, zumindest trainiert er Teile mit. Am Wochenende wird er uns wohl noch nicht zur Verfügung stehen oder sagen wir, am Donnerstag zumindest nicht, am Wochenende vielleicht ein bisschen Kurzeinsatz. Nee, 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 nee. Offizielle, oder was heißt offizielle, was man so der Presse entnehmen konnte, auch hier an dieser Stelle die nächsten beiden Spiele noch nicht eventuell beim Bayern-Spiel. Okay, also auch super wichtig, dass er da wieder da ist, aber das merkst du natürlich dann, das zieht sich jetzt schon ein paar Spiele durch, dass wir da immer wieder diese Lücken haben, die Abwehr nicht so richtig stabil steht, aber das sind, wie du richtig sagst, wir haben aber, und das gehört auch zu der Geschichte dazu, an der einen oder anderen Stelle auch noch, ja, ich sage jetzt mal Glück gehabt, Gerasi erinnere ich mich noch an den Lupfer über Trapp, der dann knapp neben das Tor geht. Da sind alle Situationen gewesen, im Großen und Ganzen, ich bin voll bei dir, es war ein wildes Spiel, die Eintracht hat nicht so richtig den Zugriff bekommen, den sie gebraucht hätte, um, und das ist es nämlich, eine Stuttgarter Mannschaft, die einfach, das ist so dieses Typische, die sind halt im Flow momentan, und da haben die im Endeffekt so die ein oder andere Situation, wo die Eintracht war, dann wieder ein bisschen verunsichert, und was ist da los, und natürlich das Tor in der ersten Minute ist natürlich scheiße. Ja, aber ich glaube schon, wenn du einfach diese 20, 30 Minuten, die du nach dem Ausgleich hattest, genutzt hättest, um da in Führung zu gehen, dann hättest du an dem Tag auch das Ding über die Zeit gebracht. Klar, Stuttgart ist irgendwie im Flow, aber die werden dann auch vielleicht irgendwann ein bisschen nervöser, wenn es halt nicht funktioniert. Ich glaube, die sind auch mit einer deutlich anderen Einstellung gegen dieses, in dieses Eintrachtspiel gegangen, weil es halt unterm Strich ansonsten Mannschaften sind, die so auf Augenhöhe irgendwie agieren. Also ich glaube schon, dass du denen da hättest was abringen können. Ja, man hat es am Ende des Tages dann nicht getan. Ist so, auf jeden Fall. Also du hast ja gemerkt, die Aufstellung, es war ja gar nicht schlecht. Du hast dann gemerkt, wir hatten ja vorher hier noch mit dem Kollegen von Stuttgart gesprochen gehabt, der auch gesagt hat, oh, was uns Problem machen könnte, ist Tempo. Hast du auch gemerkt, dass Knauf in ein paar Situationen auch vorne gut Tempo machen konnte? Das hat mir schon teilweise auch gut gefallen, aber eben nicht lang genug und das reicht dann eben auch nicht, um gegen Stuttgart dann mehr als, ich sage jetzt mal, ein Törchen zu schießen, was ja auch eher, wie du schon richtig gesagt hast, also... War viel mithilfe vom Stuttgarter dabei. War ein kleines bisschen mithilfe dabei, genau. Nein, das ist es halt. Genau, also unterm Strich ist es dann jetzt auch so. Es geht jetzt die Welt davon noch nicht unter, aber es zeigt halt auch, wir müssen wirklich spielerisch über 90 Minuten hochkonzentriert sein und wir hatten es ja letzte Woche gesagt, das ist so ein Stück weit Gradmesser gewesen, dieses Spiel und ja, ich würde sagen, im ersten Versuch haben wir die Prüfung nicht bestanden, aber wie so oft bei so Prüfungen gibt es ja dann noch weitere Möglichkeiten, sie abzulegen und damit kommen wir jetzt quasi auf das Spiel danach, nämlich am Donnerstag, also wir nehmen heute am Dienstagabend auf, das heißt, übermorgen spielt die Eintracht in der Conference League zu Hause gegen Park Thessaloniki um den Gruppensieg in der UEFA Conference League Gruppenphase und würde eben mit einem potenziellen Gruppensieg diese Zwischenrunde, wo man ja gegen die Drittplatzierten aus der Europa League quasi spielt um den Einzug dann in das Achtelfinale. Den könnten wir quasi überspringen, also ein durchaus wichtiges Spiel und ich hatte gerade eben, glaube ich, das wichtige Thema schon gesagt und da stelle ich mir wirklich die große Frage, es ist ein Heimspiel und was bedeutet das jetzt für dieses Heimspiel nach diesen Vorkommnissen vom Samstag? Ich weiß nicht, Dennis, jetzt müssen wir das Thema schon wieder irgendwie aufgreifen, vielleicht noch ganz kurz, mit was für einem Gefühl gehst du denn in dieses Spiel, sowohl vom Surrounding als auch vom Spielerischen her? Also aktueller Stand, ich bin ja vor Ort, wenn alles normal läuft am Donnerstag, dementsprechend bin ich selbst gespannt, wie, was mich erwarten wird. Ich hoffe, dass vielleicht vorab auch nochmal ja, ein bisschen Informations, Teilung stattfindet, sag ich jetzt mal, dass nochmal gesagt wird, Achtung, achtet darauf, bringt mehr Zeit mit bei Einlass, bla bla bla, es wird jetzt irgendwie so und so kontrolliert, alles gut, damit man sich erstens auf was einstellen kann, zweitens einfach sieht, aha, wir haben uns Gedanken gemacht und drittens, ja, im Endeffekt, da ein bisschen Ruhe reinkommt in diese Geschichte. Auf der anderen Seite, René, das sagst du es richtig, das ist jetzt auch schon der fünfte Spieltag und das letzte Mal in der Gruppenphase, dass wir vor Fans spielen zu Hause, weil Aberdien sind wir ja ausgesperrt worden, heißt im Endeffekt, jetzt gilt es, jetzt muss das klar machen, ich glaube, die Mannschaft hat sowieso drauf, ich denke auch, dass die Fans Bock haben, da jetzt, es sind ja, es ist ja, also wenn ich das auch höre, die haben ja die Ultras und generell alle, die an Support beteiligt sind sonst, haben doch keine Lust gehabt, das Spiel am letzten Wochenende zu boykottieren dann, aber es war eben die Stimmung nicht mehr da, umso mehr ist aber jetzt, glaube ich, die Lust auch da, jetzt zu zeigen, jawohl, hier ist eine Einheit, wir geben alles, ich weiß nicht, inwieweit, wahrscheinlich ist wieder irgendein Quatsch mit keine, wie heißt Hercorio, weil immer noch mit Feuerwehr und was weiß ich, da ist immer noch die Unklarheit zwischen Fans und der Feuerwehr Frankfurt und so wie ich das verstanden habe, ist nach wie vor die Aussage gültig, dass man eben keine Chorio macht, solange dieses Thema nicht irgendwie geklärt ist. Ja, und ich glaube auch nicht, dass nach den Vorkommnissen vom vergangenen Samstag jetzt in irgendeiner Art und Weise man auf einmal kulanter wäre, was irgendwie Vorgaben für Chorios angeht. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht wird an dieser Stelle jetzt nicht passieren. Nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen, ich glaube die Fans haben einfach hochgradig Bock auf dieses Spiel, zumal wie du sagst, es ist das Letzte in der Gruppenphase zumindest mit Fans, selbst wenn wir es nicht schaffen, diese Zwischenrunde zu überspringen, dann haben wir zumindest diese Zwischenrunde noch, wo es ja auch wieder Hin- und Rückspiel gibt. und wenn da jetzt nicht wieder irgendwelche Fan-Ausschlüsse whatever kommen, dann hätte man da ja noch irgendwie ein Spiel, aber ich glaube schon, dass man einfach mehr Bock hat, da jetzt einfach nochmal einen geilen Abend zu haben, möglichst irgendwie dazu beizutragen, diese Zwischenrunde zu überstehen oder zu überspringen, zumal es ja auch finanziell dann nochmal eine ganz andere Auswirkung hat. Wie ist das denn, aber wenn wir jetzt gewinnen sollten, ist es dann, wir sind dann noch nicht sicher, Gruppenerste, oder? Wir ziehen nur an Park vorbei. Wir ziehen an Park vorbei, korrekt. Wir sind dann zwei Punkte vor ihnen. Wir können im letzten Spiel, wenn wir das verlieren und die gewinnen. Wenn wir das letzte Spiel verlieren gegen Aberdeen und Park gewinnt, dann könnten sie wieder an uns vorbeiziehen. Sonst ein Direktwerte gleich dann. Unentschieden spielen, dann wäre es wieder irgendwie direkter Vergleich und wenn wir halt gewinnen oder wenn sie halt verlieren, dann ist halt einfach da an dieser Stelle der Trops gelutscht. Okay. Nein, ich habe nur gedacht, weil ich glaube, ganz hundertprozentig sicher könnte es noch nicht machen, aber es ist natürlich nicht, aber du bist natürlich dann einfach in der Pole Position. Du kannst aber schon hundertprozentig versauen, denn wenn Park gegen uns gewinnt, kannst du nicht mehr einholen. Wenn Park gegen uns gewinnt, dann kannst du es komplett vergessen. wenn wir unentschieden spielen, dann kommt es halt auf das letzte Spiel an. Wie gesagt, wir spielen ohne Fans in Aberdeen und Park spielt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, spielen die in Helsinki oder spielen die zu Hause? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Die Queer sind auch gerade nicht. Müsste ich nachgucken. Müsste in, also zu Hause, Park müsste zu Hause spielen. Ja, das ist dann schon nochmal eine Nummer. Aber, aber das ist ja eigentlich, wenn du das in den Kopf zurückholst, was heißt das denn jetzt eigentlich, dass wir können an diesem Spieltag eigentlich nur gewinnen? Denn, du musst eigentlich Vollgas geben, denn im Endeffekt, du hast nichts in dem Sinne zu verlieren, ne? Weil, wenn ich jetzt hier verliere, das heißt Vollgas, Wenn du verlierst, dann hast du noch das Spiel gegen Aberdeen, aber es ändert sich dann nichts mehr an der Platzierung, weil Zweiter in der Tabelle bist du safe. Wenn du gewinnst, hast du das bessere Blatt auf der Hand für die letzte Runde. Also, ne? Klar. Ja, und beim Unentschieden, da würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, dass Pauk am Ende zu Hause gegen Helsinki verliert. Du hast dann noch eine zweite Chance, quasi nochmal das Thema irgendwie klar zu machen. Ja. Klar, Helsinki wird es jetzt Pauk zu Hause dann auch nicht einfach machen. Helsinki hat keinen Liga-Betrieb mehr. Die sind vielleicht, wie wir gesagt haben, ein bisschen aus dem Rhythmus raus, aber die sind auf der anderen Seite auch relativ frisch dann in den Beinen. Naja, also das glaube ich, also wie gesagt, wenn Pauk, Pauk spielt ja zu Hause, ne? Ja, die Chance ist nicht groß, das ist schon richtig. Ja, also der schwächste Gegner hier eigentlich aus der Gruppe, das heißt, du bist im Endeffekt, das Ding musst du am, um es nochmal einfach ganz kurz zu fassen, du musst das Spiel eigentlich am Donnerstag gewinnen, um im Endeffekt eine realistische Chance zu haben. Kein Weg dran vorbei. Genau so ist es nämlich und das würde ich jetzt auch einfach so in die Köpfe implementieren, das finde ich immer wichtig, dass die Spieler auch dann, ja, irgendwie versuchen, auch diesen Matchplan zu machen, denn es bringt dir eigentlich nichts, wenn du hier unentschieden und wenn du verlierst, ja sowieso nicht, aber du musst ja eigentlich zwangsläusig auf den Sieg spielen. Was ist denn deine Idee für die Aufstellung? Also Koch, hatten wir ja gerade eben besprochen, wird für das Spiel noch nicht fit sein, er trainiert zwar anteilig wieder mit der Mannschaft, aber das wird für dieses Spiel auf jeden Fall noch zu früh kommen, das heißt, der ist auf jeden Fall raus, Max ist nicht spielberechtigt. Genau, ja, da stellt sich für mich fast die, leider, 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 die, ja, ist jetzt so ein bisschen für mich diese, diese Gedanke, wie will ich denn überhaupt Dreier- oder Viererkette spielen? Genau, das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, gegen Stuttgart haben wir ja das Viererketten-System gesehen, aber da hatten wir eben ja die Variante mit, ähm, mit Max und ich glaube, Knauf hatte dann auf links gespielt wieder, ne? Nee, äh, ja, Knauf vorne, ja, ja, klar. Genau, Knauf war davor, so, jetzt hast du natürlich irgendwie einen Kunku, der aber eigentlich jetzt auch nicht der klassische Linksverteidiger meiner Meinung nach ist, sondern eher schon so dieses Charaktertyp, äh, linker Außenverteidiger, Schiedenspieler, also eigentlich auch eher ein bisschen offensiver ausgerichtet. Eher wie Knauf, ja. Das würde für mich schon wieder fast so ein bisschen gegen das Thema Viererkette spielen, weil du halt eigentlich keinen klassischen Linksverteidiger hast, es sei denn, du willst jetzt mit, äh, Smolcic als Linksverteidiger spielen. Nee, will ich nicht und wird auch, wenn wir, glaube ich, wenn wir auch, glaube ich, da nicht sehen, ähm, deshalb, wie du schon richtig zusammengefasst hast, ich gehe davon aus, dass es eine Dreierkette mit Tuta, ähm, Smolcic und Paco gibt. Ja. Eigentlich schade, dass Hasebe so raus ist, ähm, habt es auch mit vielen, haben mich da schon angesprochen, warum denn Hasebe so schlecht bei uns wegkommt. Das ist nicht, dass er schlecht bei uns wegkommt, ich habe nur ein bisschen die Hoffnung, dass, äh, ein Smolcic hier auch, äh, in Torgefahr ein bisschen ausstrahlen kann, das heißt, äh, du hast dann mit Smolcic und Paco halt auch Leute, die theoretisch, äh, Standards verwerten können, vorrangig Ecken. Ja, 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 klar. Das ist eigentlich so der Punkt für mich, äh, Smolcic, klar hat er seine Schwächen und das ist, äh, ich werde auch gern Koch da hinten drin, da bin ich, äh, ganz offen und ehrlich, aber wenn ich mich zwischen Hasebe und Smolcic momentan entscheiden muss, ähm, bin ich momentan, Team Smolcic, einfach aus den besagten Gründen etwas mehr Torgefahr, etwas mehr, auch, man hat das Gefühl, er ist ein bisschen näher an der Mannschaft dran, er ist momentan, äh, hat ja doch mehr, deutlich mehr Spielzeit bekommen. Ja, das ist richtig. Also, ich denke Dreierkette mit den drei, da machen wir nichts falsch, äh, und, ja, dementsprechend darfst du jetzt schon weiter. Die Doppel, ja, ist jetzt einfacher Call, die Doppel-Sechs mit Skiri und Larsson, das ist halt einfach. Steht. Also, da wird sich, wenn da jetzt nicht irgendwas passiert oder wirklich große Rotationen ansteht, wird sich da, glaube ich, an dieser Stelle nichts, ähm, verändern. Das ist einfach so ein super eingespieltes Duo, da sehe ich jetzt wenig, wenig Veränderungen dran. Macht auch keinen Sinn, wenn du dir anschaust, wer wäre denn die Alternative dafür? Klar könnte man sagen, die bräuchten jetzt auch mal vielleicht ein bisschen eine Pause. Am Wochenende haben mir die auch beide nicht so gut gefallen, das ist, das ist klar. Äh, trotzdem, ähm, die Alternativen sind für mich, klar, mit Jakic und so weiter schon, du hast Spieler, die da auch mal spielen können, aber ich finde, du verlierst ordentlich Qualität. Auf dieser Position spielen lassen, aber wie du schon sagst, das wäre schon einfach auch für, wenn du die aktuelle Form Skiri-Larsson vergleichst mit den anderen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die anderen Spieler schlechter sind, weil das sind sie definitiv nicht, aber das wäre schon ein Momentum, was du da einfach verlierst. Ja. Von daher ist Giri-Larsson. Bin ich auch dabei. So, dann ist jetzt die Frage, Außenbahnen. Ja. Stellt sich für mich fast, äh, auch, ähm, relativ einfach auf, mit Buta rechts, ähm, und dann wahrscheinlich in Kunku links. Ja, oder Knauf. Der wird ja sonst komplett raus, ne? Für mich ist das ja so. Oder du kannst ihn, du kannst ihn wieder offensiver spielen lassen, so wie wir es ja in den anderen Spielen auch hatten, dass du dann hier die beiden, äh, Zehner mit, äh, Chaibi und Knauf besetzt und davor wieder Mamouche, es sei denn, du willst jetzt an dieser Position wieder irgendwo was ändern. Also Mamouche soll auf jeden Fall bleiben, Chaibi auch. Jetzt ist mit Ibimbe jemand, der wahrscheinlich, äh, du hörst mich schnaufen. Ibimbe hat mir gegen Stuttgart irgendwie gar nicht gefallen. Der ging mir maximal auf den Keks. Ist das, ist das tatsächlich, äh, so, also ich finde, er hatte Akzente, er hatte auch, äh, gute, ja, er hatte Akzente, er hatte aber auch wieder, wo er irgendwie sich dann über Kleinigkeiten aufgeregt hat und dann vergessen hat, irgendwie mit zurückzulaufen. Ja, das ist ja typisch für ihn auch, äh, Ja, davon gab es zu viel. Okay, gut. Also für mich eindeutig, für mich ist Ibimbe nach der Leistung gegen Stuttgart und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Stuttgart war jetzt nicht das Vergleichsding schlechthin, ähm, für alle irgendwie nicht, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt an der Stelle dann einfach auch sich zu präsentieren und das hat er, die Chance hat er nicht genutzt, deswegen wäre er für mich jetzt wieder raus, aber wir sehen hier, äh, ein demokratischer Podcast, du kannst natürlich auch mich vom Gegenteil überzeugen. Ich muss, äh, sagen, ich hätte tatsächlich mal wieder ein Götze von Anfang an spielen lassen, dementsprechend ist das hier mal eine ganz andere, äh, Ist, ist auch eine Variante, vollkommen fein, dass du dann ein Shaibi und ein Götze spielst, finde ich vielleicht auch gar nicht, gar nicht verkehrt. Ähm, ich glaube, Götze hat auch wieder so ein bisschen einfach da jetzt Fuß fassen können, ähm, wäre für mich auch komplett fein, dann wäre Knauf an der Stelle tatsächlich raus oder du lässt ihn halt dann auf, auf der linken Außenbahn anstatt in Kunku spielen. Ich glaube, auf rechts anstelle von Buta würde ich nicht, weil Buta da schon einfach für mich so ein bisschen die Nase vorn hat. Ja, bin ich, bin ich bei dir auf jeden Fall. Wäre jetzt meine Ausstellung gewesen, einfach weil du das Tempo von Knauf gut mitnehmen kannst, er ja auch wieder besser im Flow ist, äh, auch wenn er da immer mal seine Durchhänger hat, ähm, und ansonsten, ja klar, also vorne, wen hättest du, wen haben wir jetzt hier? Lass mich nochmal kurz gucken. Wir haben jetzt Dreierkette, Pacho, Smoltich, Tuta. Wir haben auf der Doppel-Sex Skiri und, äh, Larsson. Larsson. Wir haben auf der rechten Außenseite Buta, links entweder in Kunku oder Knauf, je nachdem. Wir haben die beiden Zehner-Positionen mit Götze und Shaibi und vorne in der Spitze Mamusch, der das halt auch einfach, muss man sagen, sehr deutlich und sehr akkurat da vorne auch macht. Äh, er ist zwar nach wie vor nicht der geborene, ähm, Stoßstürmer da vorne drin, aber, ey, der macht das. Aber ich finde, ich finde, Mamusch glänzt auch mehr, wenn du ihn mit anderen Spielern als Ebimbo und Knauf vorne, äh, eindeckst. Äh, ich ja, das macht dann sich doch irgendwie deutlich bemerkbar. Also, er, er reißt halt nämlich Lücken, er arbeitet viel und er wird von denen, finde ich, etwas besser in Szene noch gesetzt als von den anderen zwei. Wobei ein Knauf mit seinem Tempo, deshalb würde ich ungern auf ihn verzichten, auch diese Läufe. Er hat zumindest wieder diese Ansätze, die ich mir eigentlich viel, viel mehr wünsche, in dir, äh, dass eben viel mehr mal zur Grundlinie versucht wird zu gehen. Ähm, das ist im Endeffekt was. Wir müssen schauen, dass wir hier ordentlich, äh, ja, die Spieler in Szene setzen. Weil das wird schon auch trotzdem schwierig genug, auch wenn jetzt viele sagen, ach, die Eintracht unglücklich verloren im Hinspiel und so weiter und so fort. Ja, das mag alles sein. Es wird trotzdem ein hartes Stück Arbeit und es wäre schade, wenn du die Chance, ähm, da eine, eine Gruppen oder eine Zwischenstufe noch überspringen zu können. Ich weiß nicht, wie es auch mit, äh, Auszahlungen und so weiter. Meistens ist ja auch irgendwie mit Geld dann wieder verbunden. Ähm, das ist natürlich schon schön, wenn du da, äh, ja, frühzeitig den Sack zumachen kannst. Du bist dann im Endeffekt in der Pole Position und kannst am letzten Spieltag aus eigener Kraft das Ding fertig machen. Ähm, bist dann Gruppenerster, kannst ganz entspannt in die Winterpause gehen. Ja, es ist eigentlich schon was, was wir anstreben sollten und ich denke, dass da das Personal, was wir jetzt hier aufgestellt haben, gutes Potenzial hat und vielleicht, ah, gut, du hast ja schon gesagt, also ein Koch wird definitiv nicht zur Verfügung stehen. Wer ist denn sonst noch? Ist noch jemand, der gelb gesperrt ist oder so? Was haben wir da noch irgendwas vergessen? Äh, nicht, dass da irgendwie, das habe ich gar nicht im Blick jetzt gehabt, das hatte ich mir gar nicht angeguckt. Könnte, könnte auch, jetzt sind wir immerhin im fünften Spieltag, da kann, ist immer so, dass da doch der ein oder andere gelb gesperrt ausfällt, aber hier steht jetzt auch, hab jetzt auch nichts gesehen. Ne, ich hatte auch nichts gesehen. Dann hoffen wir mal, dass da alle so zur Verfügung stehen, einerseits spieltechnisch, andererseits auch bloß, sich niemand mehr verletzt, bitte, bitte. Ähm, und ja. Also ich habe gerade eben mal geguckt, wenn du, wenn du safe in die Runde der letzten 16 einziehst, hast du auf jeden Fall 600.000 mehr auf dem Konto. Also es macht jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt die Gruppe auf dem ersten Platz beendet hast oder ob du quasi zweiter Platz plus diese Knockout Runde, dafür kriegst du in beiden Fällen 650.000 in Summe als, als Preisding. Du hast aber in dem Moment, wenn du erster wirst, bist du ja auf jeden Fall in der Runde der letzten 16 und spielst hier auf jeden Fall. Und damit hast du von vornherein 600.000 Euro mehr, mit denen du rechnen kannst. Okay. Ja. Wohingegen du natürlich dann immer noch, wenn du gegen einen Absteiger, in Anführungszeichen, aus der Europa League spielst, ähm, halt schon auch noch die Chance hast, da irgendwie rauszufliegen. Auf jeden Fall, klar. Ich habe das zu wenige Blick, aber. Du hast halt zwei Spiele weniger. Ja. Naja, wir sind auch wirklich, also sind wir noch aktuell. Wir haben viele Spiele. Wir sind immer noch diejenigen, die am meisten Spiele, Pflichtspiele bislang haben, weil wir ja die Quali für die, für die Conference League noch die Runde gespielt haben. Ja, da merkst du, das ist auf jeden Fall effizient, das Gewinn und gut ist und dann bin ich sehr zufrieden. Ja, haben eine verhältnismäßig kurze Winterpause. Ähm, du hast im Januar dann auch direkt den Afrika Cup, wo dann auch der ein oder andere halt nicht greifbar ist oder die dann halt einfach auch da Spiele nochmal irgendwie auf dem, auf dem Zettel haben. Ähm, sind glaube ich jetzt nicht wesentlich mehr Spiele, als du Ligaspiele hast, aber nichtsdestotrotz, wenn du da einfach eine Runde hast, die du einfach überspringen kannst, das ist schon einfach in der Situation viel wert. Ich habe aber auch gesehen, zu viel Rotation haut halt auch nicht hin. Leider einen großen, breiten Kader mit nicht unbedingt der gleichen Qualität, das muss man ganz deutlich auch sagen. Wobei der Abfall, Abfall in Anführungszeichen, also nicht der Abfall in Abfall, sondern die Differenz in der individuellen Qualität jetzt nicht so groß ist, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Ja, also da war schon manchmal so der Unterschied zwischen, ich habe einen Maßanzug und das andere ist irgendwie eine kurze Hose, wo einer noch irgendwie einen Lappen unten dran genäht hat. Ja. Also auf dem Niveau sind wir jetzt aktuell nicht. Wir sind da schon näher beieinander, aber es ist halt schon immer noch ein Unterschied. Du meinst also, weil du ja vom Abfall, also dem Gefälle gesprochen hast. Gefälle, korrekt, danke. Das ist natürlich, aber finde ich schon, dass wir eine ganz klare Start, also gerade auf einigen Positionen, wir sprechen ja immer wieder, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Innenverteidigung, das ist auch also ein Stückwerk jetzt hier wieder, was wir da hinmachen. Und natürlich ist das nicht unsere A11, die wir normalerweise da stellen würden. Da ist schon eine starke Reduktion da, wenn du im Endeffekt mit dem Personal jetzt spielen musst, was noch da ist. Trotzdem, und da bin ich voll bei dir, René, können diese Spieler im Verbund, wenn es generell funktioniert, fällt es gar nicht so stark auf. Wenn es aber natürlich jetzt wieder um so diese Spieler gegen Spieler und was weiß ich, und darauf wollen wir uns gar nicht einlassen, das soll einfach im Kollektiv funktionieren, dann sind wir doch sehr zufrieden. Es ist, und da sind wir jetzt wieder beim Thema. Ich hoffe einfach, dass nicht zu viel nachgedacht wird, zu viel diese anderen Nebenkriegsschauplätze in die Köpfe kommen, weil das kann uns nur schaden. Das will keiner. Fertig, Haken dran, und jetzt muss es weitergehen. In diesem Sinne hätte ich jetzt gerne noch einen Ergebnistipp von dir, lieber Dennis. Also, ich denke, wir gewinnen am Donnerstag 2 zu 0. Nee, 2 zu 1, 2 zu 1. Ja, 2 zu 1. Ach, du hast sogar schon geschrieben. Ich habe mich vertippt, weil 2 zu 1 wäre mein Tipp gewesen, den ich gerade im Kopf hatte. Deswegen habe ich das hingeschrieben. Ich glaube schon, dass wir gegen Park und Tor kriegen, aber wir werden uns da irgendwie durchwurschteln, und dann machen wir da zumindest mal diesen großen Schritt nach vorne und müssen dann einfach nur gegen Aberdeen im Auswärtsspiel ohne Fans. Für Aberdeen geht es ja dann auch um nichts mehr hier in diesem Wettbewerb. Dann einfach da konstant sein und da irgendwie dann die nötigen letzten Punkte mitnehmen und dann ist hoffentlich da auch der Drops genutscht. Beim direkten Vergleich, wir haben 1 zu 0 verloren, meine ich. Wenn 2 zu 1, wären wir der, oder ist das nicht mehr so, dass dann mehr Tore irgendwie da zählen? Das ist auch alles so. Da erwischst du mich auf dem richtig falschen Fuß. Direkter Vergleich ist nicht meine Paradedisziplin. Keine Ahnung. Okay, 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 okay. Na gut, dann müssen wir das nochmal nacharbeiten. Ja. Ich weiß nämlich auch nicht, ne? Also früher wäre es eindeutig gewesen, dann waren ja da verschiedene Änderungen und so weiter, also bin ich noch nicht so ganz drin. Da komme ich auch gerade nicht mehr so richtig mit. Gut, ich würde mal sagen, damit haben wir es dann auch für diese Woche zur Genüge besprochen. Wir haben uns jetzt eingereiht in von wegen, es ist vieles schon gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Jetzt habt ihr unseren Take auch noch gehört zu den Vorkommnissen am Samstag. Wir haben aber jetzt auch noch ein bisschen über das Sportliche gesprochen. Wir wünschen allen denen, die am Donnerstag beim Heimspiel sind, einen schönen Fußballabend mit hoffentlich viel Stimmung, einem schönen Spiel, vielen Toren für die Eintracht und den benötigten drei Punkten in der Liga. Wir sprechen jetzt nicht über das Spiel am Sonntag gegen Augsburg, weil da einfach noch so viel Wasser vorher den Main runterfließt, dass das überhaupt keinen Sinn machen würde. Aber auch an der Stelle allen denen, die tapfererweise sich auf den Weg machen für ein Sonntagabend 19.30 Spiel in Augsburg, da hinfahren und die Eintracht unterstützen und wahrscheinlich irgendwann, weiß ich nicht, Montag zum Mittagessen wieder daheim ankommen. Eine hervorragende Auswärtsfahrt. Vielen Dank, dass ihr da draußen das tut. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen dann hoffentlich über viele Tore, viele Punkte für die Eintracht in diesen beiden kommenden Spielen. Bis dahin, macht's gut! Tschöööööööööööööööööööööööööö.생 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.